Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Okay. Sie sind neu infiziert. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay, dann mal los. Okay. Klettert hoch. Joel, hier drüben. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry. Ich meine. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh, Schätze. Sie können. Ich weiß. Okay, gut, gut. Los, okay. Okay, los. Los. Du hast ja was am Schuh. Eklig. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Und Marie, glaubt, du bist immun? Ja, das ist die Unreinung. Wie kam's zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja. Ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gewissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Bist du da reingekommen? Ich kannte Beige. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, Chris II. Und so kam das. Verstehe. War mal ein Beugier, das das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Schau nicht, dass ihr dich nicht erschossen habt. Hätte sie fast. Wie's ihr wohl geht? Ich sag dir doch, alles wird gut. Oh, Mist. Okay, pass, schnell. Los, 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 los. Sorry, sorry, das war ich. Scheiße, verdammt. Sorry. Joel. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn, renn. Scheiße. Tess. Tess. Tess! 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 Geh, Geh, Geh! Da ist es. Unser Zielort. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Pst. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reis dich zusammen. Ja, Ma'am. Okay. 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 Okay.